Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Mittwoch, der 23.10.2019 um 6.18 Uhr. Ich habe heute ein wenig getrödelt und bin deswegen etwas spät dran. Um 5.30 Uhr hat der Wecker geklingelt, 5.45 Uhr oder so bin ich auch aus dem Bett gekrochen. Aber ich habe im Bad mir ein bisschen Zeit gelassen und ja, da hatte ich eben noch kurz Fortnite an, um meinen Daily Login durchzuführen und den Item Store im Battle Royale Modus ein bisschen durchzuklicken. Und ja, jetzt haben wir es fast halb sieben. Ich werde ein bisschen später heute auf der Arbeit sein, aber nicht sehr viel später. Ich denke mal 6.45 Uhr sollte ich es schaffen. Gestern war ich ja 37 oder so was da, wegen dem Joker am Montag. Heute ist es nicht ganz so spät. Was gibt es zu erzählen? Ich habe gestern Nacht der Arbeit noch ein bisschen was gearbeitet. Ich glaube anderthalb Stunden oder fast zwei noch für Freelance-Kram. Und ich habe vorher den Nachmittag über einer neuen Abteilung bei Toll Collect verbracht und habe dort neue Dinge gelernt. Mal gucken, ob ich die mir behalten habe bis heute. Und es ist auf jeden Fall super spannend zu sehen, wie Kontrollstellen geplant werden und was da alles für Informationen, Anforderungen oder Dinge halt einfließen und das ein bisschen so beeinflussen und steuern und drehen und wenden und wie auch immer. Ja, und das wird heute wieder der Fall sein. Also ich werde die nächsten Tage und wahrscheinlich auch Wochen in der Abteilung sitzen und dort die Kontrollstellenplanung mit übernehmen. Gestern war sehr viel Theorie, heute werden wir mal das Postfach dazu einbinden und mal gucken, ob die Zugänge schon da sind oder nicht. Und dann gucken wir mal, was so geht. Zweites Thema neben dieser Unterstützung in einer anderen Abteilung ist das Thema SharePoint. Da haben Sarah und ich die Tage mal immer wieder dran gesessen, haben wir aber festgestellt, so richtig viel wissen wir da noch nicht von der Software und es unterscheidet sich stark, zumindest in der Anwendung von, keine Ahnung, Joomla, WordPress und was es da nicht noch alles so an CMS-Systemen gibt. Und deswegen brauchen wir eine Schulung. Die ist heute wahrscheinlich von 10 bis 12 oder von 9 bis 11 oder auch gar nicht, je nachdem, ob der Kollege nun kann oder nicht. Und da werden wir dann grundlegende Fragen stellen können und die dann auch sozusagen gemeinsam bearbeiten und die Problemstellung oder Herausforderung, sagt man ja, man sagt ja nicht Probleme, dann irgendwie versuchen zu lösen. Ja, das ist es eigentlich. Ich habe gestern dann noch eine halbe, dreiviertel Stunde Fortnite gespielt, mit meiner Mutter telefoniert wegen des Urlaubs nächstes Jahr. Sie wird ja 60 im Februar 2020. Und eigentlich wollten wir nach Portugal. Dann hieß es, nee, warum ein paar Tage im Ausland, da verstehe ich eh nichts. Lass in Deutschland was machen. Ja, dann kam gestern die Bitte anzurufen und da hieß es dann wieder, ach komm, wir fliegen doch nach Portugal. Und jetzt müssen wir halt schauen, dass wir Flüge und Unterkunft und so ein bisschen einen Plan kriegen, was wir da machen. Ja, und gucken wir mal. Ich bin gespannt. Ich war noch nie in Portugal und von daher wird das bestimmt interessant werden. Wird sehr wahrscheinlich ein verlängertes Wochenende, also drei, vier Tage oder so. Und ich habe der Mutter gesagt, hier, klärt das mal, wann, damit wir möglichst früh buchen können. Denn, umso früher man bucht, umso günstiger ist es, ne? Und Hotel haben sie schon mal ein bisschen geguckt. Ich habe denen auch gestern noch was geschickt. Flüge habe ich ihnen schon mal geschickt. Und jetzt gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Es sind ja noch vier Monate hin, bis dahin, bis zum 60. Krass. Krass. Krass, die Mutter wird 60. Ja, ansonsten, was steht heute an? Arbeiten, so bis 16, 17 Uhr irgendwas in dem Dreh. Dann heute Abend wieder ein bisschen Freelance-Kram machen. Und vielleicht off-stream wieder ein bisschen spielen. Aber ansonsten steht nichts weiter an. Micha müsste wieder da sein. Der hat ja gestern spontan Urlaub genommen, um, denke ich mal, am Haus zu bauen, zu schrauben, zu machen, zu tun. Und, äh, ja. Gut, ist es von mir. Habt eine schöne Wochenmitte. Und wir hören uns dann und sehen uns dann morgen beim nächsten täglichen Vlog. Äh, gegen 6 Uhr. Vielleicht auch 6.15 Uhr, so wie heute. Ich weiß es nicht. Oder war es schon 6.20 Uhr? Ich glaube, ja. Ich wünsche euch was. Kommt gut durch den Tag. Und dann bis morgen. Tschüss. Tinkt gut durch den Tag. Untertitelung des ZDF, 2020